Russisch lernen für Fortgeschrittene. Lerne fließend Russisch sprechen mit Sätzen und Redewendungen. Möchtest du das Hörbuch plus E-Book kostenlos erhalten? Klicke jetzt auf den Link unten in der Beschreibung oder auf das I-Zeichen oben rechts im Video. Denk dran, klick auf Like und Abonnieren, um weitere Videos von uns zu erhalten. Schreib doch noch einen Kommentar, wie wir das Video verbessern könnten oder welche Sprache du lieber lernen möchtest. Ich fühle mich gut. Мне хорошо. Von hier nach da. Отsюда туда. Ich gehe nicht. Ich muss lernen. Ich mag scharfes Essen. Ich liebe ostre pizze. Ich habe einen Plan. Ich habe meine Eintrittskarte verloren. Ich habe meinen Eintrittskarten verloren. Mein Magen tut weh. Du bist wunderschön. Es liegt an dir. Sie hat einen scharfen Verstand. Ich habe mich verbrannt. Ich habe mich verbrannt. Wie ist es mit ihnen? Wie bist du zur Schule gegangen? Wo bist du zur Schule gegangen? Ich habe mich verbrannt. Er ist gerade nicht da. Er ist gerade nicht da. Er ist gerade nicht da. Warum bist du traurig? Ich gebe auf. Ich sage es. Seine Arbeit ist außergewöhnlich. Wie buchstabiert man das? So wie immer. Nicht so gut. Meine Gefühle sind intensiv. Ist das weit? Ist das weit? Bis bald. Do скорой встречи. Was ist der Prozess? W чем заключается процесс? Wer fährt heute Abend? Кто сегодня за рулем? Ich habe interesse an sprachen. Ich bin buchhalter. Ich bin buchhalter. Sein Zimmer ist sehr klein. Его комнаte очень мала. Geld motiviert mich nicht. Dеньги не мотивируют меня. Ich bin eine Witwe. 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 Du bist dran. Tvoia очередь. Nur eine Minute. Lange nicht gesehen. Mein Gepäck fehlt. Welchen Wochentag haben wir? Kannst du mir bitte das Salz geben? Peredai, пожалуйста, Söl. Gestern Abend. Včera Vecheram. Was hast du gestern gemacht? Что du delal вчera? Ich bin übergewichtig. U меня лишний вес. Wo studierst du? Где ты учишься? Das Geschäft ist profitabel. Business pribyльnig. Zu welchem Zeitpunkt ist es passiert? In welchem часu es passiert? Bitte stelle zurück. Pожалуйста, положi es auf die Seite. Willst du dich uns anschließen? Ne хочешь присоединиться k'nam? Der Raum war still. Wer ist schuld? Wer ist schuld? Wer ist schuld? Wer ist schuld? Prübiere es an. Prübiere es an. Ich denke es schmeckt gut. Wie geht es deinen Eltern? Mach es vernünftig. Er leert am... Ich möchte unsere Botschaft konntaktieren. Ich möchte unsere Botschaft konntaktieren. Ich möchte unsere Botschaft konntaktieren. Woher kommst du? Wir hatten einen guten Start. Was ist dein Adresse? Какой у тебя Adresse? Ich mache eine Ausbildung zur Krankenschwester. Ich mache eine Ausbildung zur Krankenschwester. Ganz und gar nicht. Nicht so. Meine Uhr wurde gestohlen. U меня украли часы. Wie heißen Sie? Ich arbeite von zu Hause. Das war unnormal. Es ist ungünstig. Es ist ungünstig. Gut gemacht. Das ist meine Freundin. Das ist meine Freundin. Das ist richtig. Ich werde es dir beibringen. Ich studierte Politik. Es wird auf der rechten Seite sein. Es wird auf der rechten Seite sein. Es wird auf der rechten Seite sein. Ich bin buddhist. Ich bin buddhist. Es schneide letzte Nacht. Prошlой ночью был снег. Um wie viel Uhr läuft das Spiel? Wo сколько покажут матч? Ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig. Wir hatten einen Unfall. U nas произошла авария. Wann kann ich dich wiedersehen? Когда ja смогu увидеть тебя снова? Kannst du das Datum bestätigen? Ты можешь подтверdить datum? Das Wetter ist gut. Pogoda хорошая. Von woher bist du ausgereist? Ich arbeite im Vertrieb. Ich arbeite im Vertrieb. Ich arbeite im Vertrieb. Ich arbeite im Vertrieb. Brauchte es Batterien? Nuschnen ли тут Batterien? Hast du eine Freundin? Lass uns in den Speise-Saal gehen. Das war eine vernünftige Entscheidung. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Ich habe zugesehen, wie es passiert ist. Ich habe zugesehen, wie es passiert ist. Als was arbeitet er? Kim er arbeitet? Um wie viel Uhr schließt die Küche? Waskолько kuchnia закрывается? Ich muss bis morgen dorthin. Мне нужно добраться туда до завтра. Schick mir ein e-mail. Вышli mir elektronное pисьmo. Das war ausgezeichnet. 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 Ich glaube dir. Ich glaube dir. Ich glaube dir. es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Все нормально. Was wirst du haben? 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 Ich bin froh, das zu hören. Ich bin froh, das zu hören. Ich bin froh. Vielen Dank. Danke. Ich habe Hunger. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Er ist ein sehr guter Schüler. Er ist ein sehr guter Schüler. Es wird heute Abend gefrieren. Er wird heute Abend gefrieren. Es wird heute Abend gefrieren. Сегодня вечером будет мороз. Das ist meine tochter. Ich bin im Urlaub. Ich bin im Urlaub. Möchtest du fernsehen? Ne хочешь посмотреть телевизor? Was für ein schrecklicher Tag. Was für ein schrecklicher Tag. Woher weißt du das? Отkude du siehst? Stört es dich, wenn ich mich hier hinsetze? Du bist nicht schrecklich, wenn ich hier stehe? Es ist zu scharf. Es war ein Missverständnis. Es war unentschieden. Es war unentschieden. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Ich habe nicht fertig gegessen. Ich nehme ein Glas Wasser. Ich bin in Isle. Ich habe es auf dem Tisch liegen lassen. Ich habe es auf dem Tisch liegen lassen. Ich habe es auf dem Tisch liegen lassen. Tun Sie das nicht. Es ist Zeit zu gehen. Es ist ein ziemlich langer Weg zu Fuß. Es ist ein ziemlich langer Weg zu Fuß. Es ist ein ziemlich langer Weg zu Fuß. Er hat gelogen. Sie verlangen 26 Dollar putter. Sie verlangen 26 Dollar putter. Sie verlangen 26 Dollar putter. Was möchtest du tun? Чем ты хочешь заняться? Es tut mir wirklich leid. Мне очень жаль. Jetzt oder später? Сейчас или позже? Übermorgen. Wann kommen sie an? Waskолько они прибывают? Ich bin im Laden. Ich bin im Laden. Wo wirst du bleiben? Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Nie бойтесь. Die massen jubelten. Tolpa приветствовала. Meine Liebe ist unendlich. Meine Liebe ist unendlich. Gesundheit. Bude gesund. Er sagte, du schaust gerne filmen. Er sagte, du schaust gerne filmen. Es ist eine reality show. Es ist ein reality show. Ich liebe das Theater. Ich liebe das Theater. Ich spreche Französisch. Ich spreche Französisch. Ich spreche Französisch. Bis morgen. Alles Gute zum Geburtstag. S Dnöm Rождения. Was ist es? Что это? Wo ist das nächste Restaurant? Где ближайший ресторан? Er ist ideallist. Er ist ideallist. Es gibt viele Leute hier. Здесь много людей. Was bedeutet das? Что это означает? Wie soll ich reagieren? Как мне reagировать? Das folgende Jahr. В следующем году. Ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Was ist in der Tasche? Что в сумке? Ich habe eine Menge Dinge zu tun. 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 Mach dir keine Sorgen darüber. Ne беспокойся об этом. Alles ist bereit. Alles ist bereit. Das ist bereit. Möchten Sie einen Film anschauen? Wir wollen den Film sehen? Uns läuft die Zeit davon. Wir nicht успеваем. Wer ist das? Кто это? Ich bin nicht einverstanden. Die Straßen sind rutschig. Dörungen skolzge. Wie viel wird es kosten? Сколько это будет стоить? Bitte zie die Schuhe aus. Pожалуйста, razuysa. Bitte zie die Schuhe aus. Es wird heute schneien. Сегодня будет снег. Die Entscheidung ist endgültig. Was ist los? Was ist los? Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Für wie viele Tage? Na сколько дней? Er ist sehr reif. Он очень зрелый. Sie ist eine Expertin. Она – эксперт. Sei nicht dum. Ne будь глупым. Wir sind glücklos. Нам не везет. Ich bin entlassen worden. Меня сократили. Ich wollte im Ausland leben. Ich wollte жить за границей. Es tut mir leid. Entschuldigung. Sei nicht hart. Ne будь резким. Ich brauche etwas Hilfe. Мне нужна помощь. Ich bleibe heute Abend zu Hause. Сегодня вечером я остаюсь дома. Ich genieße die Zeit mit dir. Мне нравится проводить с тобой время. Wann startet der Film? Wo сколько начинается фильм? Möchtest du mit mir kommen? Kommst du mit mir auf? Wie lange dauert die Reise? Wie lange dauert die Reise? Nimm diesen Weg. Poезжai diese Reise. Warum gehst du nicht? Warum gehst du nicht? Ich mache einen Maas dein Jura. Ich mache einen Maas dein Jura. Ich mache einen Maas dein Jura. Fühl dich wie zu Hause. Чувствуй себя, как дома. Bis später. Uvidимся. Das war Glück. Glück gehabt. Powieslo. Nimm es mit nach draußen. Wo arbeitest du? Где ты работаешь? Wer ist als nächster dran? Кто следующий? Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Würdest du das bitte wiederholen? Ne mogu ich bitte wiederholen? Sie sind sehr nett. Das ist mein Ehemann. Das ist mein Ehemann. Das ist mein Ehemann. Wie läuft die Arbeit? Wie läuft die Arbeit? Der Teller ist hals. Torelka goreiche. Wie geht's? Чем ты занимаешься? Ich brauche einen Termin. Мне нужно записаться на прием. Sie ist sehr elegant. Sie ist sehr elegant. Sie ist sehr elegant. Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. An welcher Universität studierst du? W каком университете ты учишься? Ich auch. Ich auch. Lass mich bitte in Ruhe. Pожалуйста, оставь меня в покое. Das Essen war schrecklich. Eda war schrecklich. Rede kein dummes Zeug. Ne говорi jerunden. Vor fünf Minuten. Päin Minuten. Haben Sie Kinder? Sie haben nichts gemeinsam. U них ничего общего. Arbeitest du heute? Ты сегодня работаешь? Was sagt uns das? O чем это говорит нам? Ich werde in fünf Minuten da sein. Я буду там через пять минут. Morgen ist Dienstag. Zavtra вторник. Ich bin deprimiert. Ich habe meinen Regen-Schirm vergessen. Ich habe meinen Regen-Schirm vergessen. Ist das weit weg? Это далеко? Ich habe so etwas noch nie getan. Ich habe so etwas noch nie getan. Ich bin zu müde. Ich bin zu müde. Ich werde darüber nachdenken. Ich подумаю об этом. Ist dein Mann auch aus? Tвой муж тоже из. Ich bin akademiker. Es ist Zeit zum Nachdenken. Vreemia porazmyślić. Ich muss nach Hause. Мне нужно идти домой. Ich bin kein Tourist. Ich bin kein Tourist. Was hast du gedacht? O чем ты думал? Das riecht schlecht. Das riecht schlecht. Er ist agressiv. Er ist agressiv. Er ist agressiv. Vergiss nicht. Er ist agressiv. Ich bin nicht beschäftigt. Er ist agressiv. Welche Schule hast du besucht? V welche Schule hast du besucht? Das ist sehr schwierig. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Das war sehr lecker. Это было очень вкусно. Jemand macht das für mich. Ich will dich nicht stören. Ich will dich nicht stören. Das ist meine Frau. Das ist meine Frau. Ich arbeite im Moment nicht. Ich bin vergesslich. Ich bin vergesslich. Du bist sehr schön. Du bist sehr schön. Du bist schon lange hier. Du bist schon lange hier. Was empfiehlst du? Was empfiehlst du? Ich bin nicht verheiratet. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin nicht verheiratet. Ich habe keine Wahl. Ich bin nicht verheiratet. Ist das möglich? Das ist möglich. Ich lebe mit meinem Partner. Ich lebe mit meinem Partner. Ich lebe mit meinem Partner. Ich möchte das Internet nutzen. Ich möchte das Internet nutzen. Ich möchte das Internet nutzen. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Ist das eine sichere Gegend? Это безопасный район. Wo wohnen Sie? Где вы живёте? Na sicher. Конечно. Wie kann das sein? Как это может быть? Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Das Essen war köstlich. Je da war sehr gut. Welche Sprachen sprichst du? Na каких языках ты говоришь? Er trat zurück. Он уволился. Es hängt vom wetter ab. Zavisit от погоды. Ich verstehe jetzt. Теперь я понимаю. Es ist ein Status-Symbol. Это символ статуса. Ich bin ein Mann des guten Geschmacks. U меня хороший вкус. Jeder weiß es. Was ist deine Präferenz? Какие у тебя предпочтения? Es ist faszinierend. Es ist faszinierend. Es ist faszinierend. Es ist faszinierend. Ich bin ein Mann des Barsch. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Ich denke nicht. Wir sind im Ruhrstand. Hast du diesen Film gesehen? Du hast den Film gesehen? Sein Blick kann sehr intensiv sein. Ich würde gerne etwas kaufen. Ich würde etwas kaufen. Ich habe noch nicht zum Mittag gegessen. Sie ist in Gefahr. Sie ist in Gefahr. Ich wäre gekommen. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich wünschte ich hätte… Wie viele Kinder hast du? Сколько у тебя детей? Wir müssen aufräumen. Нам нужно навести порядок. Es war spannend. Это было захватывающе. Es ist nicht ganz in der Nähe. Es ist nicht ganz in der Nähe. Es ist nicht ganz in der Nähe. Gibt es etwas, was ich tun kann? Ich kann mit ihnen helfen. In drei Wochen. Через drei недели. Ich vermisse dich. Ich schluchte dich. Was ist das Ziel? Какова цель? Um wie viel Uhr kommen wir an? Was Isaac weights? Wo schon beginnend? Ich bin krank. Ich bin krank. Ich verschworte dich. Vorsicht, Hund! Posteregمر'e zu home. Letztes Jahr. Ich brauche ein Handtuch. Die folgende Woche. Ich arbeite hier. Ich arbeite hier. Ich bin ein Trainee. Ich bin ein Trainee. Verzahung, wir sind spät dran. Prosti za oposdanie. Juni. KURR. Untertitelung des ZDF, 2020